Moin moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Schiff. Wir sind mittlerweile bei Stufe 4 und ja, machen wir einfach mal weiter, wo wir aufgehört haben. Und auf dieser Ebene vertrauen die besten Hersteller ihre Wagen für einen Tag der besten Fahrer der Welt an. Du musst einer der Besten sein, um dich für diesen Wettkampf zu qualifizieren. Also zeig, dass du mit diesen Kampfmaschinen, äh, mit diesen Maschinen umgehen kannst. Klar! LFA Concept, Willow Springs, Horse Thief Mile. Okay! Klar doch! Lexus stellt allen Fahrern des heutigen Events den Lexus LFA zur Verfügung. Wiss ich! Das schaffen wir doch locker! Wir haben noch, äh, 10 Sekunden bis zum Start. Okay, jetzt zählt der Fahrer. Also zeig den, was du drauf hast. Ja klar! Immer wieder gerne. Grünes Licht, los, los, viel Spaß! Oh Gott, fünfmal. Und fahr' ne saubere Runde, ja ne, ist klar. Wuhuuuuh! Wuhuuuuh! Da hat's ordentlich geschäbert. Alter! Okay, da starten wir doch mal neu. Das ganze Knicken! Boah, wie kacke ist denn der Wagen zu fahren? Also, äh, 10 Sekunden bis zum Start. Okay, jetzt zählt der Fahrer. Also zeig den, was du drauf hast. Was sind das denn für winzige Spiegel, bitte? Grünes Licht, los, los, viel Spaß! Genau, baut jemand da hinten alle wieder Unfälle. Ja, genau! Nein! Was war das denn jetzt? Alter, come on! Really? Wir haben noch, äh, 10 Sekunden bis zum Start. Okay, jetzt zählt der Fahrer. Also zeig den, was du drauf hast. Grünes Licht, los, los, viel Spaß! Och, come on! Really, come! Machen wir's halt eben so! Ja, ich weiß noch nicht, die Strecke haben gekürtet. Alter, come on! Leute, könnt ihr nicht fahren, oder was? Vier Runden, um alle Fahrer zu holen. Ja, ist klar! Komm schon, es wird doch möglich sein! Alter, sieht mein Wagen scheiße demoliert aus! Lass mich vorbei! Hei! Pech für dich! Uppsala! Alter! Ich hasse diese Wagen, ne? Ja! Da sind sie doch alle! So, endlich! Oh, endlich mal! Da müssen sie doch alle überholen! So, die nächste Runde werden nun mal eine saubere Runde fahren. Sofern wir das überhaupt schaffen. Das bezweifle ich nämlich gerade. So beschissen, wie die Strecke hier ist. Na komm schon! Ich werde doch wohl eine saubere Runde hinkriegen. Ne! Gibt's nicht! Oder wobei ich jetzt auf den Ränder gekommen bin? Da werden wir ja sehen! Ja, ich fahre diesen Wagen bewusst nicht im Cockpit, weil ich diesen Wagen hasse in der Cockpit-Ansicht. Wow! Immer mit der Ruhe! So! Ja, komisch, weißt du? So! Oh! Oh, scheiße! Wird er wohl... Ja, super doch! Gäse kacken! Hätt ich's doch fast geschafft! Mann! Jetzt fast geschafft, den sauberen Runde hinzukriegen! Okay, jetzt ist es sowieso bescheidender. Ja! Sag ich doch! Murida! Unmöglich! Die saubere Runde zu machen! Zumindest für mich gerade mal! Wow, toll! Haben wir einen Punkt nicht! Und? Juckt uns herzlich wenig! Kriegen wir trotzdem mit! Na ja! Alter! 7,5 Millionen, Alter! Was ist das denn? Sonder F? Oh! Na klar, immer wieder gerne! Fürs Renn heute wird der Pagani Sonder F zur Verfügung gestellt. Pass auf, dass da nichts drankommt! Na klar, wir nehmen den in Rot! Hehehehe! Und dass da nichts drankommt, kann ich nicht wirklich versprechen! Hehehe! So wie die Gegner fahren, wird das hässlich ändern! So viel kann ich euch allen sagen! Wir haben noch 10 Sekunden bis zum Start! Okay, jetzt zählt der Fahrer, also zeig dir was du drauf hast! Mal kurz noch was trinken! Grünes Licht! Los, los, los! Viel Spaß! Fahrer eine saubere Runde! Ja! Das ist unmöglich! Murida! So wie die hier alle fahren! Ah, wobei der lässt sich im Cockpit ganz schön fahren! Huieeh heee! Uiiii! Der hat aber... Hübsches Cockpit, muss ich sagen. Ja, geh se kacken, willst du mich trollen, oder was? Die erste Runde wird sowieso keine sauberen Runde zu schaffen sein. Komm, 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 komm. Was war das denn jetzt? Ey! Ah, göttlich einfach wie der sich gedreht hat. Das war einfach göttlich. Hätte nie gedacht, dass der sich so dreht. die lille und ja fette sache aber noch endlich mal alle Kugeln gekriegt. Mit Schatten, mit Schatten, mit Schatten, mit Schatten, mit Schatten, mit Schatten, mit Schatten und raus. Genau, betriggelt ihr euch dann gegenseitig mal. Danke. Das war's wohl mit der sauberen Runde. Ah, ich würde sowieso erstmal nach vorne kommen. Habe der sich gesehen. Ups, da hatte ich einen klitzekleinen Legger. Macht aber ordentlich nichts weiter. Wow, Alter. Oh, scheiße, wow. Oh. Na, komm schon. Und rum mit dir, Schätzchen. Zack. Weißt du, mit dem Pagani-Zonda schaffe ich das, diese verkackte, saubere Runde zu fahren. Ne, Quatsch, wie heißt das hier, die Kurve hier zu packen? Weißt du aber, mit allen anderen Wagen schau wieder nicht, oder was? Ah, komm auf Geschwindigkeit, komm, 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 komm. Und zack. Huuuuh, der war jetzt aber haar scharf. Wuuuuh, der war jetzt aber haar scharf. Deswegen nehme ich gerade so irre Gas und versuche so gut wie möglich, äh... Ach, komm schon. Hundert Pro, dass ich es jetzt schon wieder nicht geschafft habe. Ich könnte aus-tacken. Ich könnte wirklich aus-tacken. Ja, und wir haben es schon wieder nicht geschafft. Alter, das ist doch unfair. Lol, aber die Kurve haben wir so meistert, weißt du? Ja, ja, da habe ich gerade mal selbst runtergeschaltet. Läuft! Ja, ja, ich weiß, ich habe das nicht gemeistert, ist mir aber egal. Nächste Runde. Hauu, hau, 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 hau. Hab ich mal Glück gehabt, du, der. Ah, hey! Wir haben jetzt 200 Punkte gemeistert! Lol. Lol, 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 lol. Troll, lol. So, endlich! Was ist das denn? Voll die Freibreinbrüche. Nee, 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 nee. Ist nicht so mit mir. Kannst du knicken. Alter, was sind das für lecker gerade? Naja, wait. Solange ich keine Fehler mache, ist mir das Latte. Komm schon, diesmal werde ich es schaffen, diesmal werde ich die saubere Runde hinkriegen. Das war der Rand. Das war nur der Rand. Ich kriege die saubere Runde hin, dann kannst du knicken. Nein, warum muss ich ausrutschen? Meine Güte, das lässt auch. Ausgerechnet jetzt. Ausgerechnet jetzt, wo ich es hätte schaffen können. Egal. Das wird immer so mein Problem bleiben. Egal. Boah. 445. Alter, wie lange bin ich auf der Rennlinie bitte schön geblieben. Macht nix. Immerhin 2000 Punkte gekriegt. So habe ich mir jetzt das, was ich wollte. Naja, immerhin. Haben wir es geschafft. Perfekt zum Abschluss. Perfekt. Auch wenn ich die saubere Runde nicht geschafft habe. War hoch. Mir nix aus. Alter, wir sind ja schon fast ein Level ab. Das ist doch schön. So. Dann sind wir jetzt auf, oha, F1-Rennen. Hey, okay. McLaren richtet das heutige Rennen aus und stellt allen Fahrern den F1 zur Verfügung. L Busch. Okay. So.